Ich bin gefühlt nur im Hinterrad. Die kurze Gerade vor der Torx-Kruppe kann ich nicht Vollgas geben. Ich konzentriere mich immer mehr auf den Exit. Also ich bin am Kurveneingang und beim Bremsen relativ früh dran und verliere dort ein bisschen Zeit. Guten Morgen hier aus dem Motorland Aragon. Jeder kennt es von der MotoGP. Eine der berühmt-berüchtigsten MotoGP-Rennstrecken hier in Spanien. Und ich darf hier heute bzw. das ganze Wochenende rumfahren auf dieser geilen, wirklich heftig geilen Strecke. Und heute machen wir mal einen richtig geilen Vergleich zwischen meiner Yacht R1 und einer noch teureren R1 vom Michi Motorsport. Und wir gehen auch zusammen raus auf die Strecke und haben ein bisschen Spaß. Es gibt hoffentlich geile Onboards. Aber jetzt muss ich erstmal noch Reifen wechseln, weil ich bin mit dem gestern hier noch ein bisschen einrollen gefahren. Nach meiner Instruktion, da geht nämlich nicht mehr viel. Den müssen wir jetzt wechseln. Aber ich hab ja viele Reifen, das geht wie Sau, das Ding. Das ist amartig, wie das geht. Das ist echt krank. Ist nicht ganz mittig. Schaut in den Rechtskurven schaut so schräger aus als links. Das mach ich auch immer so. Du musst die Kamera noch sichern irgendwie nehmen. Na ja, das hält. So, dann schauen wir mal, wo der Unterschied ist zwischen Michi seiner R1. Die ja ungefähr... Wie viel mehr kostet? Ein bisschen was. Ein bisschen was, oder? Ich meine, allein wenn ich die Gabel schon sehe, ne? Schauen wir mal, wo der Unterschied ist, der fahrerische. Wir werden schon ein bisschen Gas geben. Allerdings nicht jetzt irgendwas herausfordern, dass wir keinen Scheiß mehr machen. Das wäre jetzt fatal, wenn wir beide R1 sehen und versecken würden. Was ist denn der Plan? Mach ich. Was du möchtest. Was ich möchte. Ich würde sagen, wir gehen raus. Ich gehe mal vorweg, dass du mal siehst, was es für den Speedball gibt. Das muss jetzt nicht Limit sein. Und dann fährst du halt vorbei, wo du vorbeifahren kannst. Ich kann es sehen, ne? Das ist sehr schnell, oder nicht? Müssen wir hingegen. Scheiße. Okay. Das ahntet wieder aus, hundertprozentig. Was haben wir ins Das war nicht schlecht da. Früher hat es Spaß gemacht. Ich warte am Uwe, ich warte fast da hinten auf. Da bleibt der auf einmal stehen und denkt, was macht denn der? Ich bin gefühlt nur im Hinterrad. Die kurze Gerade vor der Quarkskruppe kann ich nie Vollgas geben. Die letzte Kurve liegt rein extrem stabil, auch beim Rausfahren. In der letzten? Ja, also hinten tief ist. Auch beim Reinfahren in die Kurve mache ich Meter auf, im Kurvenspeed drinnen. Da bin ich schnell. Aber du bist auf den Geraden und auf den kurzen Stücken. Diese kurzen Geraden zwischen den Kurven, da machst du viel mehr Meter wie ich. Das ist echt brutal. Ich habe hier neben mir sitzen einen ganz, ganz bekannten in der Szene, unseren Michi von Michi Motorsport. Und ja, der Michi, der tut viel Schrauben und hat ein extrem geiles Moped dabei, das um die 100.000 Euro kostet. Und wir waren heute einmal draußen miteinander und haben nochmal so ein bisschen die Unterschiede gesehen. Und ja, ich bin jetzt schon ein bisschen affin, aber so die Details und so, die weiß ich auch nicht so genau, was da jetzt alles macht ist an dem Bike. Und der Michi erklärt uns jetzt ein bisschen, was er da im Verhältnis jetzt, nicht unbedingt zum Serienmotorrad, sondern zu meinem Motorrad quasi im Verhältnis anders gemacht hat. Und was er gesehen hat beim Fahren, warum das besser ist. Also im Grundlegend ist es, der Unterschied zwischen deinem und meinem Motorrad ist hauptsächlich der Frontbau, die Gabel mit Gabelbrücken und Bremssättel. Das ist alles aus der World Superbike. Und ja, im Endeffekt liegt das alles einfach viel stabiler. Man hat viel mehr Sicherheiten und Reserven. Man könnte nicht sagen, dass man nicht unbedingt schneller fährt, aber es ist auf jeden Fall alles halt einfacher und sicherer. Im zweiten Punkt, der größte Unterschied ist natürlich, wie wir im Video oder beim Fahren auch gemerkt haben, ist natürlich die Leistung im Motor. Also es ist halt schon extrem, da sind halt Jeck-Nockenwellen drin, der Kopf ist bearbeitet und dann noch diverse Kleinigkeiten. Im Federbein ist auch ein RSP40 drin, also es kommt auch. Was für Kleinigkeiten? Ja, das sind diverse Anpassungen. Das Getriebe ist zum Beispiel gleitgeschliffen. Also das heißt, das ist dann wie ein Spiegel im Endeffekt, weniger Reibung und alles. Und es sind alles nur Nuancen, aber am Schluss, alles zusammen macht es halt aus. Und hauptsächlich auch noch Gewicht. Also ich denke, dass mein Motorrad bestimmt um fünf bis acht Kilo leichter ist wie deine. Warum ist die leichter? Die schaut doch gleich aus. Naja, also im Gegensatz zu deinem sind es zum Beispiel mal die Felgen, weil du noch Serienfelgen fährst. Und dann halt generell, es sind so Kleinigkeiten, Aluachsen, Alu-Kupplungsscheiben, keine Lichtmaschine drin. Also da sind dann, es ist alles nur im kleinen Bereich, nur wenn du halt viele Komponenten zusammen hast, kommt am Schluss eine relativ große Menge raus. Von der Gewichtsersparnis. Hinten ist eben ein RSP40 Federbein drin, das ist aus der World Superbike. Ja, also das haben viele Teams, IDM-Teams mal probiert. Im Dartrecording sagen sie, es sind drei Zehntel, was so ein Federbein bringt. Das Grundliegende ist eigentlich mehr das, dass der Reifenverschleiß ein bisschen weniger ist. Also auf 15 Runden, 20 Runden Rennen oder wenn man eine Langstrecke fährt oder irgendwas, dann hat man halt die letzten zehn Runden halt einfach mehr Reserven vom Reifen. Ja. 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 Mir ist jetzt extrem aufgefallen, es sind zwei Sachen, wie du gerade gesagt hast, das ist die Motorleistung, das war vor allem auf der langen Gegengraden schon enorm, was du da Meter gemacht hast, vor allem, ich weiß nicht, ein, zwei Mal bin ich besser rausgekommen und habe eigentlich am Anfang Meter gemacht und du hast dich dann wieder ran gesaugt, also richtig. Und an ein paar Stellen habe ich extreme Willeneigung gehabt und da kommt vielleicht, also vermutlich das Federbein so ein bisschen ins Spiel, dass du deswegen weniger Willeneigung gehabt hast, weil wenn ich mir das Onboard anschaue, dann will deine kaum, obwohl du ja eigentlich mehr Leistung hast wie ich. Es sind ganz viele Komponenten zusammen, also die Gabel hat zum Beispiel einen Riesenvorteil, sie ist 770 Millimeter lang, also deutlich länger als deine, das heißt ich kann viel höher fahren, dadurch kann ich auch die Heckhöhe dann anpassen und ja, ich bin von der Übersetzung ein bisschen länger gewesen wie du, also der Radstand ist etwas länger, dadurch hast du auch weniger Willeneigung und ja, also wie ich es dir vorhin nach dem Fahren schon erklärt habe, ich konzentriere mich immer mehr auf den Exit, also ich bin am Kurveneingang und beim Bremsen relativ früh dran und verliere dort ein bisschen Zeit, aber konzentriere mich halt voll aufs Rausbeschleunigen und dadurch, dass ich halt dann bessere, quasi die bessere Linie habe und mehr Zeit habe, mich aufs Rausbeschleunigen zu konzentrieren, dann, du stellst dir quasi mehr Grad und ziehst voll an und in dem Moment sackt das Federbein hinten ein, steht an und geht vorne hoch. Und ich versuche das Ganze ein bisschen sanfter hinzukriegen, also es ist ein bisschen Fahrstil abhängig, ein bisschen Geometrie abhängig und der eine Zahnübersetzung. Und jetzt habe ich natürlich auch etwas Interessantes gesehen, da werden, wenn wir das nicht beantworten, werden viele fragen, warum hast du jetzt da so eine Gabelbrücke, da wo Carlex draufsteht, das ist auch interessant, was ist denn das? Ja, also im Endeffekt, ich mache das R1 Projekt jetzt seit 2015 und so eine World Superbike Gabel will ich eigentlich immer in meinem Motorrad drin haben, geht es hauptsächlich darum, dass ich meinen Kunden eben zeige, was alles möglich ist, also welche Teile sind alle möglich, welche Teile sind verfügbar und gibt es für dieses Motorrad. Und ganz am Anfang, wo ich das Motorrad gekriegt habe, gab es gar keine Gabelbrücken für diese World Superbike Gabel und Carlex hat sich als ultra kompetenter Partner bewiesen, sieht man in der Motor Tour und alles, was die für Erfolge feiern und dann habe ich mich mit denen zusammengesetzt und habe gefragt, ob sie die Gabelbrücken halt für mich anfertigen können. Und das war dann auch relativ unkompliziert und ging relativ schnell. Und dann haben die extra für mich Gabelbrücken gebaut. Und hast du da ein bisschen rum experimentiert jetzt mit dem Setting oder mit dem Nachlauf, also den kann man ja da dementsprechend dann ja verändern, indem man die Gabelbrücke verändert. Oder hast du gesagt, okay, ich errechne mir jetzt da ein Setting und das muss passen und das hat dann auch zu wenig, weil es gepasst. Ja, also die Möglichkeit hast natürlich, das Offset, das ist das hauptsächlich, um es zu ändern. Und wir haben aber angefangen mit Original, weil es halt am einfachsten ist zum Vergleichen. Und wir fanden es eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut. Also wir fahren Original, Offset, so wie die Originalbrücken auch haben. Okay. Ja, sehr interessant. Was kostet die Gabel jetzt allein, wenn ich jetzt die Gabel haben will? Nein, anders, muss ich ja so sagen. Fürs technische Verständnis, vielleicht sind da ein paar da draußen interessiert da. Ich bin da schon interessiert da. Also wenn ein Motorrad in der Gabel tiefer wird, dann wird es ja tendenziell progressiv. Sprich, es wird ja umso weiter unten die Gabel ist, desto härter wird es ja. Somit, ein tiefes Motorrad ist theoretisch sehr linienführig und linientreu. Wenn es aber dann zu tief wird, dann ist es zu hart. Vor allem dann, wenn zum Beispiel in dieser Kurve am Apex, also am Scheitelpunkt quasi noch irgendwie ein Bump ist oder so eine Highspeed-Dämpfung notwendig wäre. Aber das Fahrwerk oder die Gabel dann schon zu progressiv und zu hart ist. Ist das genau das, was die Gabel besser kann als eine Standardgabel? Schwer zu sagen. Also dieses vorne tief sein, dass man eben besser um die Kurven kommt, das macht man hauptsächlich halt auf der Bremse. Also die meisten lösen halt weit vor dem Scheitel schon die Bremse. Dadurch geht das Motorrad vorne nach oben. Und in dem Moment, wo sie vorne oben ist, kommst du nicht mehr gescheit ums Eck. Der beste Vergleich ist da immer Brünn. Brünn, und dann diese links rechts und gerade in diese rechts rein. Wenn man zwischen der links und der rechts nicht mehr beschleunigt, dann lässt man sie in die rechts nur reinrollen. Und wenn man aber aus der links hinaus noch richtig anzieht, dann muss man quasi für die nächste rechts deutlich bremsen. Dann kommt sie vorne runter und in dem Moment kommt man richtig schön ums Eck rum. Also lenkt dann dementsprechend. Also man braucht einen Grund zum Bremsen. Und wo siehst du denn den größten Vorteil der Gabel gegenüber jetzt, wo du sagst, okay, ich kann das Motorrad anders hinstellen, habe dadurch vermutlich auch mehr Grip an der Hinterachse, weil ich sie vor und höher machen kann, transferiere das Gewicht schneller nach hinten, habe mehr Federweg und so dieser Kostenfaktor 15, 20. Also der Listenneupreis. Also erstmal ist es schwierig, das überhaupt zu kriegen. Also offiziell ist es nicht zu erwerben. Und aber wenn man sowas kauft, dann kriegt man es neu. Neue Listenpreise ist glaube ich 10 netto. Aber 10 netto plus Mehrwertsteuer plus Setting und so weiter. Plus Gabelbrücken plus Bremssättel plus Achse plus Anpassen. Also da kommt auf jeden Fall einiges zusammen. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, ich habe natürlich auch fahrerisch an mir noch einiges zu tun. Ja, also da weiß ich ein paar Sachen. Ich bin jetzt momentan ein bisschen am Arbeiten an meiner Fitness. Die hat ein bisschen vernachlässigt gewesen jetzt im letzten Jahr durch den ganzen Stress mit Corona und so. Ich denke, das ist bei mir einer der größten Faktoren, weil ich nach fünf, sechs richtig schnellen Runden, da kannst du mich eigentlich zusammentüten und wegklappen. Also das ist bei mir einer. Ich denke, da kann ich an mir selber noch sehr viel holen. Aber man sieht wieder ganz deutlich, mein Motorrad kostet so 33.000 netto und dein 100.000 brutto, so um den Dreh. Da sieht man dann schon, dass aber allerdings der Gap natürlich nicht so groß ist. Also das ist natürlich schon für Kundenklientel, was ich das leisten kann. Du machst aber auch jetzt für normale Hobbyfahrer, die sagen, ich habe ein Standardmotorrad, ich möchte ein bisschen was haben, ich habe so 10.000, 15.000 Budget fürs Tuning. Das machst du natürlich auch, oder? Ja, selbstverständlich. Das ist eigentlich die Regel. Also Rennmotorräder werden eigentlich immer so aufgebaut in dem Dreh, wie dein Motorrad ist. So, das ist die Grundkomponenten und da bist du eben ungefähr, wie du sagst, 33 netto. Also das ist so die Basis. Und dann ist halt wirklich das andere nur Exklusivität. Die meisten Kunden wollen es einfach nur, weil es halt schön ist. Die Gabel haben auch riesen Vorteil. Du kannst in jedes Motorrad, was du weiterverwendest, immer wieder nehmen. Also du nimmst jetzt die Gabel von der Yamaha und baust sie in die nächste BMW oder in die Ducati oder wie auch immer. Also die kannst du immer mitnehmen. Kauft mal einmal und kann man immer mitnehmen. Ja, super. Ich habe gesehen, du hast da deine Kunden, die dabei waren, heute schön betreut. Die sind alle mit dir dabei. Dann tust du dich einmal instruieren und hilfst dir wahrscheinlich auch beim Reifenwechsel und so. Also du machst eigentlich das Sorglos-Rundum-Paket für dich. Und wenn ein Kunde bei dir ist, dann ist das wahrscheinlich für einen guten Preis zum Ergattern, oder? Ja, natürlich. Also das ist eigentlich so, mein Hauptgeschäft nach dem Motorradaufbauen ist so dieser Full-Service an der Rennstrecke. Also ich transportiere die Motorräder, ich mache die Hotelbuchung, ich kümmere mich um die Box, ich habe alle Reifen für alle dabei. Viele Kunden von mir können oder wollen die Reifen selber nicht wechseln, mache ich dann alles. Selbst auch ausbauen aus dem Motorrad. Instruieren ist eigentlich jetzt nicht so mein Bereich, was ich mache. Aber natürlich für gute Kunden, die natürlich auch hochpreisige Motorräder von mir kaufen, ist das halt selbstverständlich, dass es dabei ist. Dann wird mal die ein oder andere Runde vorgefahren. Aber es ist nicht so meine Kompetenz, was ich machen möchte. Ja, also wenn es dann, weil die haben dann eigentlich keine Ausrede mehr mit einem 100.000-Euro-Motorrad. Also das ist natürlich für die dann auch, das muss man schon in Beile bringen, dass sie da und da Fehler machen. Ja, also ganz interessant, wer mich noch nicht kennt, schaut es mir vorbei, unten in der Beschreibung ist unsere Homepage verlinkt, wenn ihr mal irgendwelche Interessen habt. Du bist ja aus dem Münchner Raum, oder? Ja, 30 Kilometer südlich von München, auf Starnberger See. Starnberger See. Wer aus der Gegend kommt und der Motorrad hat das auf der Rennstrecke bewegt, gerne mal bei mich vorbeischauen. So, wir backeln jetzt zusammen, bei dir geht es weiter nach Valencia und bei mir geht es morgen nach Hause. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.